Ups, da war ich gar nicht. Können wir vielleicht gleich mal schauen, ob wir da noch ein paar andere Aufgaben haben, dass wir nicht nur die Aufgaben der Bruderschaft jetzt noch erledigen. Und ja, was mich auch interessieren würde, hättet ihr denn Lust, dass ich vielleicht die DLCs mal spiele von Skyrim? Nur da muss ich wiederum sagen, pff, sind mir ein wenig teuer. Also wenn ihr dann unbedingt sagt, äh, wollen wir auf jeden Fall sehen, dann wäre es cool, wenn ihr irgendwie das gebacken bekommt, dass mir das vielleicht irgendjemand giftet oder sonst irgendwas, weil, naja, Skyrim macht mich, wie gesagt, nicht mehr so sehr an und, äh, dann jetzt extra nochmal Geld für die DLCs rausgeben. Mh, nicht so mein Ding. So, Nasir, Nafi ist tot. Naf! Glückwunsch, ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Pfuh. Hier habt ihr eure Bezahlung. Soll ich dich platt machen, oder was? Mehr Arbeit? Mein Freund, ihr habt meine letzten Aufträge noch gar nicht erledigt. Warum schaltet ihr nicht zuerst euer verbleibendes Ziel aus? Höh? Auf geht's! Wacht da. Ich hab tatsächlich noch einen Auftrag gar nicht gesehen. Schweinerei. Aber ich muss sagen, äh, Skyrim läuft mit den Mods mittlerweile. Äh, eher gesagt, mit diesen Grafikoptionen, die man jetzt machen kann. Nö, das war gerade ein Grafikfehler. Äh, auf jeden Fall ziemlich smooth, muss ich sagen. Immer deutlich über 130 FPS. Sehr angenehm. Was denn eure Lieblings-Grafik-Mod, oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, um Skyrim halt noch schöner zu machen? Ähm, kann halt natürlich auch etwas sein, das hardware-fressend ist, weil mein PC ist jetzt nicht gerade... Müsste das eigentlich handeln können, er ist nicht gerade schwach auf der Brust. Deswegen, wenn ihr da eine Lieblings-Mod habt, sagt mir da mal Bescheid. Dann werde ich die mir mal anschauen. Denn, äh, schöner geht immer, ne? So, was muss ich jetzt machen? Enodius Papius. Okay. Schauen wir mal, wo ich hin muss. So ein bisschen querfeld einreiten, kann ja niemals schaden, ne? Was ist unten ein Riesen? Ja, wie gesagt, ich muss sagen, Skyrim macht mich jetzt gerade nicht mehr so sehr an. Ähm, vielleicht, wenn Skyrim Online wieder rauskommt, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder mega Bock drauf bekommen. Oder eher gesagt, na halt auf Skyrim Online. So, jetzt momentan bin ich gerade nicht so sehr in dieser, ähm, ja, Fantasy-Stimmung. Momentan spiele ich dann doch lieber Shooter, wie zum Beispiel Arma 3 Wasteland oder, äh, Daisy oder wie auch immer. Was? Was meint ihr? Oh, oh, nein, nein! Der Tod ist starb überbewertet. Ich bin da. Ich muss doch irgendwie sprinten können. Gucken wir gerade mal kurz. Steuerung. Habe ich natürlich nichts angepasst nach der neuen Installation. Springen, sprinten ist mit Alt. Machen wir mal so. Ah, sehr schön. Dann mal kurz aufs Pferdschinn setzen, ne? Ähm, so. Und wieder zurück. Was heißt die Bruderschaft? Hier. Ach, dieses Schnellreisesystem ist halt echt unbezahlbar. Wenn ich mal überlege, was mir da alles für Wege zurücklegen müsste, um da jedes Mal hinzukommen an die einzelnen Standorte. Dann hätten die ganzen Leute, glaube ich, Skyrim immer noch nicht durchgespielt. Okay, mittlerweile vielleicht schon. Wie alt ist es denn? Älter als ein Jahr, ne? Anderthalb Jahre? Zwei? Anderthalb? Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Wir müssen reden. Hm. Irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber wir müssen es herausfinden. Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden, wären wir verrückt, das zu ignorieren. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Volombrut. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Mottier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt? Okay, nachdem ich meine Blumenrohr abgeholt habe. So, jetzt können wir auch wieder spinnen. Yay! Okay. Ich diene Astrid und dieser Zuflucht. Das Leben ist einfach. Immer noch hier. Gut. Ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. An den ganzen Holzbettern und Nägeln kann man sich ziemlich übel verletzen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier ist eure Bezahlung. Ich kann nicht umgeplappen machen hier. Und lasst euch nicht umbringen. Unfassbar. Wie er mich am beleidigen ist. So, dann erstmal das neue Ziel. Sprich, oh, what yeah. Okay. Bam. Bin ich mal gespannt, was der dazu verzapfen hat. Aber das wäre auch cool, wenn man da diese Statue, die man jetzt sehen kann, mit den ganzen Masken voll bekommt. Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei von den Masken. So, wo soll ich hin? Da oben irgendwo. Dann reißen wir mal in die Nähe. Von mir das Laden geht super schnell, oder? Bilde ich mir jetzt gerade mal ein. Ich hätte auch mal einen Zwergenbogen gehabt. Genau. Au. Was? Oh, fucken, brauche. Ui, ui, ui. Ey, was waren jetzt nochmal die zwei Schwerter, die ich hatte? Das und das, ne? Mittlerweile ist man ja doch so stark geworden, dass man die nicht so schnell Platz kriegt. So, ist auch schon tot. Ah, Mammut. Mammut sind, glaube ich, zu stark, wenn ich mich erinnern kann. Ja, macht immer schön Platz. Erstmal kurz gucken, ob ich hier den ganzen Scheiß noch mitnehmen kann. Aber ich glaube, eher weniger. Äh, oh nein. Schade. Gucken wir mal. Mal schnell zwischenspeichern. Wie kann ich nochmal schnell speichern? Äh, Steuerung. Dum, 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 dum. Schnell speichern. F5. Dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob ich den auch ein bisschen Schaden machen kann. Wie ist er am Rumpacken sind. Oh. Wie lebt sich nicht mehr viel aus. Du musst jetzt zu früh sein. Ja. Jetzt mal ein Rissdown. Und hier hat man- Hintermdeile war eigentlich schon esses du Schaden hattestgestellt worden. Das hab ich ganz anders ohne irgendwie Gedächtnis. Krass. Warum mach ich denn so extrem viel Schaden? Äh. Beide. über dem Pfeiler. Achso, und Dietrich. Dietrich kann man auch nur gut gebrauchen. Was haben die so? Pfeiler. Hm, Gewicht 5. Na komm, nehmen wir mal mit. Trotz der Gegner hier, nee, ne? Da sieht der schon ganz cool aus, aber wenn man jetzt so lange Zeit Arma gespielt hat, dann... Hm. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen was anderes gewohnt. So, schauen wir nochmal kurz, wo ich hin muss. Nach da. Also am besten hier am Berg entlang. Ich weiß nicht, ob das mit dem Pferd so gut funktioniert. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Pferd ist. Vorne, oder sehe ich das gerade falsch? Oh, das ist ein Riese. Ist das mein Pferdchen, oder ein Riese? Sieht aus wie mein Pferdchen, ne? Erst mal schnell dahin rennen. Was ich auch ein bisschen doof finde, dass man seinem Pferd irgendwie kein Gepäck irgendwie geben kann, oder so. Aber die Drachenknochen würde ich ihm schon gerne geben. Aber es wäre schön, wenn es ein bisschen heller wäre, wenn es nicht ein Tag werden würde. Aber jetzt nochmal rasten, habe ich auch nicht so die Lust. Kann ich jetzt hier irgendwie querfeldeinreiten? Ne, ne? Ne, da muss ich wohl auf der anderen Seite vorbei. Dum, di, dum, di, dum. So ein eingebautes Navi im Feld wäre schon ganz cool. Was hat euch denn an Skyrim eigentlich so am meisten fasziniert? Was mich ja so ein bisschen geflasht hat, weil es wirklich zum Beispiel, dass dieser Typ, der die Mutter der Nacht beschützt, verwahrt, wie auch immer, dass der halt einfach mir in einem anderen Missionsziel schon mal vorgekommen ist und ich den da quasi so ein bisschen lächerlich gemacht habe. Das fand ich ja super lustig. Da fährt die ganze Zeit ein scheiß Zug draußen auf dem Fenster entlang. Mann, Mann, Mann. Aus solchen Dingen kommen doch meistens so Eisgeister, oder? Auch nicht. Ah, hier muss ich anscheinend drunter. Schauen wir doch mal, was es hier Tolles gibt. Dum, di, dum, di, dum. Nicht viel. Dann gehen wir doch mal da rein. Vielleicht noch mal kurz zwischenspeichern. So. War schon ganz cool, wie die Aufmachung hier so ist. dass da so Skelette so in der Gegend drun sitzen und so weiter und so fort. Was sind das für Bräuche die ganze Zeit? Ah, ja. Hat mich schon gewundert.